jetzt werde mal pass auf die dinge weghauen halt das die bombe tickt da genauso und da noch domat das machen wir kurz und schmerzlos das war auf jeden fall der erste jawohl nummer zwei ja was ist mit dem da so läuft die umbringer jetzt tickt das ding radarwagen passen sie auf dass sie unsere einheiten nicht orten was sagt er radarwagen da ist er wow das war knapp, aber er lebt noch jetzt muss ich mal eine kleine pause gehen da ist er verschnaufen kann und er kannte eigentlich warte mal eine cyberkassehne und nur waffenhändler jetzt werden wir den unterstand hatten warte ich gar nicht so schlecht g ich probiere sie mal jawohl das war auf jeden fall die kaserne vielleicht noch der waffenhändler die kaserne ist weg zudem sind wir befördert worden jetzt können wir uns einmal die notreparatur das heißt jetzt moment ich kann meine einheiten wieder heilen zumindest meine fahrzeuge und der kommandobot pass auf wie komme ich da hinten rein ich bin am labor von mir aus kann es losgehen ich warte nur noch auf den kommandobot okay oh du bist schnell das muss ich zugeben ich komme es auch schnell ich kann vielleicht zerstören wir all das als nächstes durch die tunnelsysteme liefern die dauernd irgendwelche Versteckung auch das haben wir gleich warte mal sie lauern da draußen okay sie sind wickert frei bauen für den kommandobot oder die entdeckung es war auf jeden fall knapp wow wie die rotzen sonst aus aber ich glaube beim nächsten angriff kann das ding fliegen gleich nochmal na gut das ding ist fliegen aber sie werden das ding gleich wieder aufbauen bei der wälde passt schon jetzt sind sie rumgegangen mir wurscht jetzt brauche ich eigentlich meine einheit noch drum wie kriege ich die dumme also ohne dass die da sind die müssen die irgendwie da unten vorbei vorbeigeleiten scheiße denn ich brauche meine ranger um die fahrzeuge zu besitzen vielleicht kannte ich das ding noch ausstehen warte mal dafür muss ich aber speichern das kann nämlich riskant werden unser kommandobot ist entdeckt worden warte mal den haue ich weg ich befürchte ich konnte auch keine bombe lenke ok reisen wir uns an zusammen und hätten wir ebenfalls panzer geil der zangangriff oder oh gott ok kumpel in deckung das war schon nicht schlecht eine kurze verschnafpause und dann starten wir wieder warte mal kumpel nein nicht ganz jetzt unser kommandobot ist entdeckt worden und jawohl es ist kaputt das heißt sie haben keinen unterschlupf mehr er fahrt oben ja gut und sie schleichern sie oder wie ich bin eh gescheiter das ist zu leicht na komm schau schau dir immer er baut das Ding wieder auf du hund du wow war das knapp auf jeden Fall ist sie jetzt weg jetzt muss ich jetzt muss ich eigentlich wieder um oder mit dem kommandobot oh da ist halt der beste mal die zwei Humpen raus jetzt werde ich mal da umiflitzen ok ok komm schon im Dauerlauf und sie können wir genauso pünktlich zur Party jetzt werde ich nämlich die Säcke und ich glaube das hat es ganz gut jetzt ist die Frage kommen wir da rein oder was das erste mal oh Gott schau dir das auch wer darf das wahr sein das kann das kann eventuell noch ein bisschen schwierig werden wobei der Chip muss weg ist das Schlimmste unser Kommandobot ist entdeckt worden ok ist weg der Chip ist weg jetzt werde ich mal bedarf oder bis sie versetzen ich sehe alles das war auf jeden Fall der Raketenwerfer ich habe alles gesehen ich will was in die Luft sprechen aber das hätten wir mal unser Kommandobot ist entdeckt worden Bombe in Deckung sie kommen aber auch mal wieder wie die Schaufschützen kein Problem die können das auf jeden Fall wenn die Gegner weniger glaube ich zumindest wo sind denn meine Ranger die brauche ich auch noch denn mit den Ranger kann ich die Häuser räumen und zwar per Blankgranaten ok ok Raketenboot weg jetzt hängt gerade noch die zwei Hamper rauf jetzt hat gleich ein Ende soll ich vorausgehen einsatzbereit wir sind die Besten jetzt ist die Frage wie machen wir das vielleicht greifen wir von unten an da war das erste Gebäude dafür können wir noch mal speichern und sie gehen da oben ansonsten dürfte keiner mehr da sein oder glaube ich zumindest ja gut da sind die Herrschaften schon und dann bleib ich sagen Blankgranaten frei das war's schon das war der ganze Zauber aber wir haben da noch mehrere da darf ich sagen nehmen wir die da nehmen wir gleich mal dieses Haus da vorne und dann knüpfen wir uns das davor oh beseitigt und gesalbert halt das und das könnten wir eigentlich warte mal zwei Stück haben wir da da ist die dritte und da ist die vierte jetzt werden wir keine Einheit nutzen ok ah da ist er der Kommando Bot pass mal auf meine Ranger ja ist das das ist das ist das eine gute Idee oder vielleicht der schlechte kann das ja hier probieren sie mal mal schauen was er sagt das das gute ist Raketen haben gegen die normalen Ranger keine Wirkung also keine große die nicht mehr nicht die ist da ok passt ja und der macht das ist da und das hat jetzt das Dorf ist gesalbert sagt das ok wir haben mit dem Kommando Bot den Weg freigeräumt zudem haben wir mit die Ranger die Gebäude gesalbert in der nächsten Folge werden wir dann die Fahrzeuge besetzen und zum Angriff übergehen bis dann und servas